Herzlich willkommen zu einer Kurzpräsentation der Polygraphie-Linie von Löwenstein Medical. Mein Name ist Alexander Hubert. Die beiden Geräte, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, ist einmal das Standard-Polygraphie-Gerät Samoa und das erweiterte Polygraphie-Gerät mit dem Namen Scala. Beim Samoa handelt es sich um ein leichtes, kleines und einfach zu bedienendes Gerät. Das integrierte Farbdisplay erlaubt es, wichtige Informationen zum Gerät selber, zu einprogrammierten Messungen oder zum Batteriestatus direkt abzulesen. Das Besondere beim Scala sind zwei sogenannte frei konfigurierbare EXG-Kanäle, die im Startprozess als EKG, als EMG oder vergleichbares Signal definiert werden können. Zusätzlich bietet Scala noch eine Reihe von weiteren nützlichen Funktionen für eine erweiterte Polygraphie. Sowohl das Samoa als auch das Scala erfüllen die apparativen Voraussetzungen der EBM 30900. Die Geräte dienen zur Detektion von schlafbezogenen Atemstörungen, sowohl unter diagnostischen als auch therapeutischen Bedingungen und sind wartungs- und servicefrei. Die von uns mitgelieferte Software ist generell lizenzfrei. Dies bedeutet, Sie können die auf so vielen Computern in Ihrer Arbeitsumgebung installieren, wie Sie gerne möchten. Auch von uns angebotene Software-Updates sind generell kostenfrei. Die Geräte verfügen auf der Rückseite über die Möglichkeit, den Akku zu tauschen und wieder einzusetzen und der Akku wird im Gerät geladen. Die Geräte verfügen über die Möglichkeit, ein Thermistor anzuschließen. Dies ist bereits im Gerät integriert. Der Thermistor ist eine alternative Flowmessung zur Nasenkanüle. Wenn Sie von uns Geräte geliefert bekommen, ist im Standardlieferumfang bereits alles enthalten, um die ersten zehn Messungen durchzuführen. Wie bereits erwähnt, verfügt der Samoa über ein integriertes Farbdisplay, wo ich Informationen zum Gerät selber, zum Akkustatus oder zu einprogrammierten Messungen einfach abrufen kann. Das Gerät ist klein und leicht. Besonders hervorzuheben ist die Bluetooth-Schnittstelle zu den Therapiegeräten von Löwenstein Medical. Diese erlaubt es, in einer sogenannten Offline- oder unüberwachten Messung Informationen aus dem Therapiegerät direkt zeitsynchron in Samoa abzuspeichern. Diese Daten werden nachher zeitsynchronisiert zu dem Rest der polygraphischen Daten auf dem Computer ausgelesen und dargestellt. Dank der integrierten Differenzdruckmessung ist Scala ein optimaler Partner für Therapiekontrollen, vor allen Dingen im noninvasiven Bereich. Dabei ist alles bereits im Gerät integriert. Es ist nicht notwendig, Zusatzmodule zu erwerben. Wie bereits erwähnt, verfügt Scala über diese zwei frei konfigurierbaren EXG-Kanäle, welche für eine EOG, EMG oder EKG-Messung genutzt werden können und ist damit ein idealer Partner für verschiedene Anwendergruppen wie im Bereich der HNO, Kardiologie, Pneumologie, Schlafmedizin oder auch im allgemeinmedizinischen Bereich. Samoa bietet insgesamt 14 Kanäle, zwei davon für die Atemflussmessung, was einmal die Standard-Nasenkanüle oder der Thermistor ist. Dann erfassen wir noch ein Schnarchen, auch hier über diese Nasenkanüle und die Körperlage, das Umgebungslicht, SpO2, Puls, Pulswelle und über den T-Adapter, welcher dicht an die Maske gesetzt werden kann, den Druck unter therapeutischen Bedingungen. Für die thorakale und abdominale Aufzeichnung verwenden wir sogenannte pneumatische Druckpads. Des Weiteren bietet Scala noch einen Aktivitätskanal und aus all diesen gemessenen Kanälen können wir eine Atemfrequenz oder eine Phase TA berechnen. Die Phase TA für Thorax und Abdomen zeigt die sogenannte Paradoxe oder gegenläufige Atmung auf, wenn die Patienten obstruktiv sind. Das Scala hingegen bietet insgesamt 19 Kanäle. Auch hier wieder zwei Atemflusskanäle, sowohl Nasenkanüle als auch Mistur. Zusätzlich bietet Scala jetzt noch einen sogenannten externen Schnarchsensur, welcher an den Hals appliziert werden kann, um noch einen weiteren Schnarchkanal zu haben. Auch hier erfassen wir die Körperlage, das Umgebungslicht, den SpO2, Puls oder Pulswelle und auch den Druck an der Maske über einen T-Adapter. Die Aufzeichnung der thorakalen und abdominalen Atmung erfolgt standardgemäß über die pneumatischen Druckpads. Alternativ dazu ist es möglich, auch induktive Gurte zu verwenden. Über die zwei frei konfigurierbaren Kanäle hatten wir bereits gesprochen. Basierend auf den ganzen aufgezeichneten Daten ist es möglich, eine Herzfrequenz und eine Atemfrequenz zu berechnen und auch die Phase TA. Im polygrafischen Bereich gibt es generell zwei Möglichkeiten, eine Messung zu starten. Dies wäre einmal manuell. Dabei ist eine Patienteninteraktion erforderlich. Das heißt, der Patient muss für circa zwei Sekunden auf den Ein- und Austaster drücken, um die Messung zu starten. Eher zu empfehlen ist das Hinterlegen eines automatischen Startdatums und der Startzeit und auch des Enddatums und der Endzeit. Dies geschieht im Initialisierungsprozess. Und das Gerät wacht dann automatisch zur programmierten Zeit auf, beginnt den Messvorgang und beendet ihn zur einprogrammierten Zeit. Beide Produkte verwenden die gleiche Software. Dies heißt, ein Mischbetrieb der beiden Produkte an einer Betriebsstätte ist bedenkenlos möglich. Die Software hat eine integrierte GDT-Schnittstelle, um eine Kommunikation zum Praxis-EDV-Programm sicherzustellen. Wir haben bereits erwähnt, dass die Software lizenzfrei ist und Software-Updates kostenfrei. Die hinterlegten Reportvorlagen sind frei konfigurierbar und individuell anpassbar. Das gleiche gilt auch für Ansichten. Ansichten bedeutet, an welcher Stelle im Programm soll welcher Kanal in welcher Farbe dargestellt werden. Die hinterlegten Analysekriterien für die automatische Analyse sind sehr transparent und können ebenfalls verändert werden. Zusätzlich bietet das Programm noch diverse Quick-Funktionen, um ein schnelles und einfaches Auswerten zu ermöglichen. Einweisungen und Schulungen machen wir gern bei Ihnen vor Ort oder per Anfrage auch als Webtermin. Die Applikation der beiden Geräte sieht folgendermaßen aus, dass die Geräte über den Thoraxgurt in der Mitte der Brust gehalten werden. Zusätzlich wird noch ein Abdomengurt angelegt. Beides wird mit dem Gerät verbunden, dann noch der SpO2-Sensor auf den Finger und auf der linken Seite sehen wir die Nasenkanüle und auf der rechten Seite den T-Adapter unter therapeutischen Bedingungen. Wir hoffen Ihnen mit der Kurzpräsentation einen Einblick in die Polygraphie-Linie von Löwenstein Medical gegeben zu haben und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.